Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immer... Führerschein zurück. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schakka! Macht sie krank. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Ich habe diese Tapete praktisch ein Leben lang gesehen. Wirst du, dass ich krank bin, ja? Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Ich bin in unserem Haus aufgewachsen. Ich bin in diesem Haus ja aufgewachsen. Ich bin eingef اوع çıkar und frage. Ich bin in dieser WILL-